Hallo, der Marcel vom Autoladen Dresden. Ich begrüße euch zu einer neuen Fahrzeugpräsentation. Was habe ich für euch heute mitgebracht? Und zwar diese schicken VW Touareg aus Baujahr 2011 mit einer 3-Liter-Maschine, sprich ein V6 Diesel. Das Fahrzeug hat um die 100.000 Kilometer gelaufen, hat noch TÜV bis nächstes Jahr im Februar. Optional könnte man den natürlich auch neu machen, wenn das Verkunde wünscht. Im richtig guten Zustand, wie ich finde. Schwarz-schwarzes Auto, sprich schwarzes Blechkleid, schwarze Innenausstattung. Und ja, können wir uns gerne mal das Fahrzeug angucken. Hat eine Winterbereifung von Pirelli drauf. Ich glaube, das spricht auch dafür, dass das Fahrzeug immer gut gepflegt und gewartet wurde, weil hier ist kein Billigreifen drauf verbaut. An sich, muss ich sagen, steht es richtig gut da. Man kann sehen, dass hier keine großartigen Gebrauchsspuren vorhanden sind, keine großen Kratzer, Dellen etc. pp. Was es alles so gibt an Gebrauchsspuren. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Gebrauchsspuren, also ein paar Gebrauchsspuren wird man immer finden. Aber ich finde, im guten Zustand. Man kann auch an den Felgen erkennen, dass die keine großartigen Beschädigungen haben. Ja, genau. Die Bremsscheiben sehen auch noch super aus. Auch die Belege. Ja, gucken wir uns das Fahrzeug mal von innen an. Er hat DSG mit an Bord. Elektronische Helferlein, wie ich immer so schön sage. Eine elektrische Heckklappe hat er. Und ich finde auch wirklich noch im richtig guten Zustand. Nichts abgegriffen, oder wie ich es auch immer so schön sage. Nichts abgeranzt auf gut Deutsch. Ja. Und natürlich Touareg, Platz ohne Ende. Kann man hier reinschauen. Auch hier hinten noch die ganzen Lederpolster. Alles noch schön. Die ganze Verkleidung und so weiter. Ja. ISOFIX ist mit an Bord für die Kinder. Einen schönen großen Kofferraum hat man. Mit einer Durchladefunktion. Finde ich auch super. Optional könnte man dann wahrscheinlich auch eine Anhängerkupplung dran verbauen. Beziehungsweise... Ne, die hat er sogar schon. Schauen wir mal, ob hier was passiert. Ne, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber er hat sie eine zumindest. Ah ja, jetzt ist sie da. Zack. Und da kann man schön was schweres dran ziehen. Ja, für einen Campingausflug oder so. Einen schönen großen Capper hinten dran gehangen. Macht sich ja mal ganz gut am Touareg. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Da kann der Amelie auch mal schön über die Flanke hier filmen. Da kann man das sehen. Der Zustand ist wirklich echt klasse. Das muss man so sagen. Und natürlich immer einen Hingucker. Gerade in schwarz. Kannst du auch schon mal vermeiden filmen, genau. Tolles Fahrzeug, muss man wirklich so sagen. Das Fahrzeug wechselt den Besitzer für 22.490 Euro. Da ist eine Einjahres-Premium-Garantie mit dabei. Da seid ihr quasi für ein Jahr safe. Könnt ihr in jede eurer Vertrauenswerkstatt bringen. Eure Wahl sozusagen. Und wenn da wirklich irgendwas wäre, dann auch abstellen lassen. Das ist eine Premium-Garantie mit 16 Baugruppen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wenn euch das Fahrzeug gefällt, könnt ihr uns kontaktieren. Via E-Mail. Dann mit Telefon uns kontaktieren. Wir können zu dem Fahrzeug eine Videotelefonie starten. Wir können alles prüfen. Das heißt in Zahlungnahme. Wir können Finanzierung prüfen. Und grundlegend können wir uns dann kennenlernen am Telefon und alles miteinander besprechen. Wir haben noch eine April-Aktion. Wer diesen Monat noch bei uns ein Fahrzeug kauft, bekommt die Anlieferung gratis im Bundesgebiet. Das heißt, wenn ihr in Bremen, aus Bremen seid, aus Hamburg seid, liefern wir das Fahrzeug zu euch kostenfrei. Das kostet immerhin 350 bis 400 Euro. Je nachdem, wo es hingeht. Ja, und ich denke, das ist schon eine Masse Holz, was man ersparen kann. Da würde ich mich freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Und dann lernen wir uns kennen. Bis dahin. Bleibt gesund. Würde mich freuen, wenn wir miteinander in Kontakt treten. Tschüss, tschüss.